Es ist ein kleiner Famucius, der Oskar. Er schnurrt, spielt, ist ein kleiner Spieler. Komm Oskar, komm her. Denkst du, er möchte in den Armen zu sein? Ja, ganz gerne. Das ist der toll. Kleine Oskar. Aber spielen ist besser, glaube ich. Ja, spielen und Quatsch machen. Und klettern und entdecken. Das ist lustig. Quatsch machen. Quatsch machen. Und sogar mit Freunden. Oskar. Gleich wieder hoch. Gleich wieder hoch. Ja, ja.